Ob in Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur, was Frauen und Menschen überhaupt stark macht, ist nicht allein zu sein. In der Politik habe ich dann wirklich erlebt, keiner kann es allein. Und das möchte ich auch eigentlich weitergeben. Traut euch selbst mir zu. Wir sagen immer, ein Mann fragt nicht, kann ich das? Er macht es. Auch wenn er es vielleicht gar nicht kann. Frauen fragen, prüfen sich viel zu lange, bin ich geeignet, habe ich das genügende Rüstzeug, ist mir auch noch so ergangen.